Musik Auch unter Gottes Schutz an diesem Tag dann nach Hause gehen und weiter gehen, weiter leben in unserem Land. Und dieser Segen Gottes, der soll jetzt zu uns gesprochen werden. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Musik Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020